Ich bin lebensmüde und gehe wieder in die Tür. Ich bin lebensmüde. 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 Und bin lebensmüde. Ich bin lebensmüde. durch eine Tür, wo Gegner Horden warten. Das heißt, ich stirbe jetzt zu 1000%, weil ich einfach nicht weiterkomme. Weil der Boss ist natürlich dort am anderen Ende, wo ich nicht hinkomme. Wie viel Pech kann ein Mensch denn haben? Super, Schlüssel. Das hilft mir, weil ich kann ein... Ja. Das ist das. Ich kann das auch nicht. 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 Ich werde das nicht. Ich werde euch So, jetzt bräuchte ich nur mehr einen Parasit finden. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich nur mehr einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich nur mehr einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit drückt und bin im falschen Raum. Muss mir nur einen guten aussuchen. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich jetzt gar nicht so viel Mises drin. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit. So, jetzt bräuchte ich einen Parasit. Weh. Weh. Ja. 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 Ja, ja. Jawoll. Nicht echt. Das Aufsammeln von Gegenständen bewegt, dann ist es schon wurscht. Das habe ich schon. Mhm. Was ist da? Das brauche ich nicht. Okay. 25 Gegner und Artefakt. Ich weiß nicht einmal, was ein Artefakt ist. Was zählt als Artefakt? Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann brauche ich für 25 Gegner sehr, sehr lange. Wo leuchtet das? Ne? Ja, wo du siehst. Komm mal hier drauf. Ach, das geht sich nicht aus. Und vielleicht mit dir rein. Komm, 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 komm. Jawohl. Okay. Das ist zu weit. Definitiv zu weit. Und wo ist das? Ah, du. Oh. Ja, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert, gell? Okay. Mhm. Mhm. Jo, warum nicht? Warum nicht? Nein, das ist schwer. So, was haben wir hier? Hey! Achso ja, das Aufsammeln von Artefakten bewirkt ja Schaden, ich voll Idiot. So, das ist auch für Heil-Items, weil das würde keinen Sinn machen. Nein. Und das wäre ein bisschen komplett unlogisch gewesen. Und die Tür ist versperrt und jetzt schauen wir vorher in die Tür. Oh. Das war schon gut. Ja. Passt, das hat er mir alles. Ich bräuchte nur mehr Gegner, die ich besiegen muss, aber das ist halt jetzt ziemlich heftig, weil jetzt da große Gegner waren und keine Kleinen, das ist ja viel fies. Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Pass auf, da sind noch ein paar Heil-Items, bevor ich jetzt weitergehe. das ist auch noch irgendetwas. Das ist auch noch irgendein Item. Das ist auch noch ein paar Mal. 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 Und das ist auch noch ein paar Gegner. Das ist auch noch ein paar Mal. 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 Wenn ich jetzt mal noch ein paar Mal. Dann ist ja noch ein paar Mal. Was ist denn ein paar Mal? Hey, wo ist die Kiste? Ah, da. Braucht ich nur mehr einen Schalter finden. Was ist der Schalter? Ah, nein. Wo? Spuck mal Blaster, braucht kein Mensch. Das heißt, die muss jetzt durch die Tür gehen. Ja, ich habe auf Ausweichen gedrückt, ok? Oh, ein Gegner noch. Da ist die scheiß Fehlfunktionen. Ist das weg? Passt. Was haben wir da noch? Wieso nehme ich Schaden? Ich habe, Alter, ich habe die Fehlfunktion beseitigt. Okay, und tschüss. So, das ist das mit den Kisten. Ja, was bringt es mir, wenn da nicht wo? Ja, ich habe die Fehlfunktionen. Schon wieder nix drinnen? Echt jetzt? Hm. Ist ja nicht. Okay. Ich hab mich jetzt gerade eigentlich. Ich bin kein einzigen, ich bin kein einzigen Sarkophagis jetzt da heute im Brille geworden. Ich bin kein einzigen Sarkophagis. Ich kann auch nicht mehr zu können. Warum nehme ich Schaden? Habe ich da einen Parasit? Ja. Wie will ich denn weg? Wie will ich denn los? Er tut mir richtig, richtig weh. Der Parasit. Er kann mich im Boss kosten. Der Bursche. Ja, Eta. Eta kann ich nicht sausen lassen. Das ist zu wertvoll. So. Jetzt bräuchte ich irgendwie was, damit die ein Parasit los wird. Das ist wieder ganz low card. Das ist gut. Was haben wir denn da Schönes? Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Vielleicht finden wir einen Parasit, der mir irgendwie die Parasiten absterben lässt. Das war ich noch nie. Oh mein Gott. Wow. Durchglitscht ein bisschen. Jetzt bräuchte ich nur mehr Highlight-Items. Und ja, gut, das ist wurscht. Ein Highlight-Item. Das mich so stark heilt, dass ich wieder voll bin. Mehr praktisch. Da ist nichts mehr. Da ist noch eine Truhe. Wo ist die Truhe? Ist die da oben? Oder wo ist die Truhe? Hm? Ah, da oben ist die, okay. Was ist das für ein Symbol? Das kenne ich nicht. Das Symbol sagt mir nichts. Das Symbol sagt mir nichts. Das ist die einzige Tür durch den Okanon. So. Nur du. Können wir jetzt die Kiste erreichen? Ja, die könnte ich jetzt erreichen. Komm jetzt ruck. Ah, wieder. Das ist die riesengroße Frage. Ich muss es riskieren. Ah, wieder Objekte sind noch nicht kein. Okay. Ah ja. Da war ja was, gell? Ah, geht's hier aus. Hm. Jetzt bräuchte ich dann bitte irgendwo was zum Heilen. Sonst habe ich ein Problem. Oh, aber da kommen wir nicht hin. Wo kommt sie nicht hin, die Madame? Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Das hat null geheilt. Ah, du. So ein Schmutz, wirklich. Das ist Betrug. Wie der Dondender immer sagt. Richtig, richtig heftiger Betrug. Was ist das? Oh, okay. Okay, das ist definitiv zu hoch. Huh? Hey, na. Hey, na. Untertitelung des ZDF, 2020